Ja, Momo Leute, euer Chilliger Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76, komplett ohne Rüstung und ohne unseren Stuff, den wir hatten. Ich meine, es war im Endeffekt nur Schrott, ich weiß, und es war auch vor allem nicht viel Schrott, sondern nur das Schrott, was ich gesammelt habe, währenddessen ich hierher gelaufen bin. Also, alles in Ordnung. Ich hab's kurz vergessen, dass ich die Sachen hier weggebracht habe und meine Kamera ist da und nicht da. Egal. So, wir sind wieder in der Wendigo-Höhle. Ja, diesmal mit einer richtig fetten Wumme. Und ich sollte auf jeden Fall, wenn ich schon eine Glaskanone bin, auf jeden Fall darauf achten, dass ich ein bisschen geheilt bin. Dann gucken wir mal, was ich so an Schaden anrichten kann, ne? So, und da wir sowieso jetzt momentan Hunger haben. So, den Scheiß brauche ich alles gleich bestimmt noch für, äh, den Wendigo, wenn wir ihn eines Tages sehen. Weil es ja nichts zu heißen hat, ne? Ach, ja. So. Okay. War ich nicht. Guck mal, da ist ein fetter Ghoul. Boom. Schön. Schade, dass ich jetzt nicht mehr so viel Munition dafür habe. Das ist auch traurig. Ah, egal. Zur Not habe ich ja noch meine, äh, äh, Sniperino. Ist natürlich nur was für, für Kleinviech, ne? Und genug Munition haben wir auf jeden Fall. Vielleicht wechsle ich nochmal das Zielfernrohr. Das ist mir doch vielleicht ein bisschen zu viel. Aber das nächste Mal, wenn wir irgendwo ankommen und Kleber haben. Weil ich habe jetzt meine ganzen Mods verkauft. Das wollte ich nicht. So, mit ein bisschen Glück können wir auch den Wendigo runshotten. Weiß ich aber, ob Zweifel. Einmal kann ich es ja mal versuchen. Du hast mich nicht gesehen. Schalldämpfer und so! Alles gut. Standpack wirklich mehr. Habe ich auch nie gebraucht. Untersetzer. Wow! War gerade irgendwie wahrscheinlich ein, ein Trinken. Und es ist dann zu Ghoul geworden. Hat sich gedacht, ich klau den Untersetzer. So, aber wir sind immer noch hier bei der Quest. Das ist schon mal gut. Ich musste die Quest nicht nochmal neu holen. Sonst hätte ich es gemerkt. Ach, sonst habe ich es nicht immer gesehen. Diesmal habe ich es nicht gesehen. Ach, komm, geht mal her. Der Schaden ist so pervers. Aber eigentlich muss ich die Rüstung nur mitschleppen. Vor allem, wenn ich später... Ähm... Die Munition ausgeht, brauche ich endlich die Rüstung wieder. Oh, gewonshotted. Ich habe das verdammte Viech gewonshotted. Ist das geil. Ich weiß, dass da noch einer ist. Über dem Fleisch. Wie ich den Typen übelst geownt habe. Ach, jetzt ist hier plötzlich Licht. Ja, why not? Kampfmesser, nö, das kannst du behalten. Ja, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Kann ja nicht schaden. Ist das... Verwollte Scheiße, brauche ich nicht. Ich kann die Marilux one-shotten. Alter, ist das cool. Die war für so pornös. Aber wir haben das Maximals da an dem rausgeholt. Schau, dass man diese legendären Motze nicht abgeben kann. Und woanders drauf tun kann. Ich hätte es so sehr auf meinem Scharfschützengewehr geliebt. Und der Schalldämpfer dazu passt einfach perfekt. Das ist so schön. Ach, ich freue mich so sehr, dass ich diese Waffe jetzt habe. Die bringt mich jetzt ein gutes Stück nach vorne. Einfach herrlich. Schön. Er ist so ein Typ mit der Power-Rüstung, der da gestern war. Der hat hier echt Probleme gehabt. Kann ich gar nicht verstehen, warum. Er ist Todesklaue. Todesklaue am Arsch, Junge. Ein bisschen Gold. Ach, schade. Wir müssen unbedingt Bleifarmen gehen irgendwo. Da ist der Marilux König. Mal gucken, ob wir den auch irgendwie one-shotten können. Das wäre echt herrlich. So Porno. Okay. Wenn wir rechts lang gehen, sind wir da, wo wir quasi aufgehört haben. Wo wir sterben mussten. Ich freue mich, ob die Power-Rüstung hier wieder steht. Wie er mich einfach nicht sieht? Okay, dafür hätten wir unsere Sniper nutzen können. Schau. Ach, verkackt. Schade. Wundefleischsteak. Nice. Schön, Pilz, der wieder in der Ecke leuchtet. Flussionskern nachkommen. Komm, das soll's. So. Wir sollten das Psycho mitnehmen Für gleich Nochmal einen ordentlichen Damage Boost kriegen Weißt du Mit dem ersten Schuss Den wir dann auf den Wendigo setzen können So viel Damage wie möglich raushauen So, wenn wir jetzt hier lang gehen Treffen wir auf den Maiola König Und der Sack hat den Maiola König echt zu mir gelockt Oh, Vorsicht Kurz verstecken Gehen wir hier hoch Und killen dann Den König Der Maiolox Wo ist er hin? Ach, das hat mich ge... Okay Er ist ja gerade noch schnell aus dem Bauch raus geboren worden Okay Ich hab ihn mir erhofft Flucht! Flucht! Ich hab keine Rüstung Ich bin so tot, wenn er mich trifft Okay, den konnten wir definitiv nicht one-shotten Aber ich hab ja auch seinen Kopf nicht getroffen Weil er mir seinen Schwanz, äh, seinen Rücken zugedreht hat Und ich denke, da ist er ein bisschen resistenter Würde zumindest Sinn ergeben Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung Denkt euch den Rest Ich weiß, dass ihr schlau seid Weil schlaue Zuschauer wissen immer alles Deswegen wisst ihr auch, warum er auf dem Rücken resistenter ist Du musst deinen Kopf treffen können, ey Wo ist das Kackviech? Weil du? Bist er unsterblich? Warst du nicht hier an der Ecke? Ich will ihn tot sehen Wenn der mir meinen Rückweg verbaut, hab ich ein Problem Oh Gott, das will Bitte nicht töten Ich bin unschuldig Okay, an dem mach ich leider nicht so viel Schaden, wie ich gehofft habe Schaden macht meine Waffe 130 Das muss ja nicht richtig zecken Okay, der ist schon mal weg Ich weiß nicht, aber irgendwie Vorgestern, als ich den Mildock getötet habe Hab ich viel mehr Schaden gemacht Hab ich so ein Gefühl Keine Ahnung Weißt nicht, wo ich bin Denn du bist tot Tote Tiere können nicht wissen, wo ich bin Es sei denn, ich sehe Geister Fast wäre ich drauf reingefallen Fast Okay, was gibt es hier zu holen? Ein Gruselteddy Okay Okay, der hört sich auch nicht gruselig an Aber ich nehme ihn mit, weil er cool ist Ich würde ihn gerne irgendwo hinstellen Aber es geht einfach nicht Befestab, please Kleine Instanzen Hausinstanzen Wie wär's damit? Ja, ich weiß Die Serverlastungen sind natürlich jetzt schon enorm Ist das eine Fledermaus? Ich hatte Hoffnung Wie viel Schaden mache ich mit der Sniper? Ist da überhaupt jemand? Nö Das sah nur so aus Wenn du noch cool bleiben Ich wette, das Viech ist da oben Da, wo wir nicht hinkommen Ach, hier war die Power-Rüstung, oder? Nee Doch Genau hier war die Power-Rüstung Jetzt haben wir sie wiedergefunden Hier war die Power-Rüstung, oder? Hier war die Power-Rüstung, oder? Hier habe ich sogar Mylar getötet Ah, wir sind hier Okay, 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 okay Das heißt, man kann sich rein theoretisch am König vorbeischleichen Irgendwie ihn ärgern. Zuerst töte ich deine Kinder und dann dich. Vielleicht nehme ich doch mal die Granate mit. Weil rein theoretisch müsste ja auch die Granate mehr Schaden machen, wenn wir unsere Waffe tragen. Weil der Buff wird weitergeleitet. So, ähm. 130, so. Wir machen jetzt 150 damit. 225. Das ist eigentlich schon cheaten, ne? Das grenzt an Cheaterei. Aber das Lustige ist einfach, dass ich mit dieser Waffe genauso viel Schaden mache wie mit der Granate. Außer, dass die Granate natürlich AOE-Schaden hat. Das ist der einzige Unterschied. Und dass sie laut ist. Wird mal wieder Zeit zu gucken, ob wir da eine Mod kriegen. Bitte sieh mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Ich hab verkackt. Ich gebe zu, das war sehr schlecht. Aber er war das die perfekte Möglichkeit, ihn zu treffen, weil er einfach rumgepackt hat. Ja gut, ich hab sein kleines Kind getötet. Oh, oh. Oh, oh. Wollen wir nicht zu laufen, einfach ein bisschen und schießen ab und zu. Oh. Okay, laden wir eine Stunde lang nach. Naja. Ob er hier durchkommt. Garg ist zu bezweifeln, dass er da nicht durchkommt. Ich weiß nicht, wo er ist. Doch, doch. Auf der Map wird er mir angezeigt, hab ich ganz vergessen. Jetzt nicht mehr. Der kann doch nicht in Safe-Modus gehen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich sitz mal wieder auf meinem Kabel. Ist so lustig. Eines Tages hol ich mir Kopfhörer, die kabellos sind. Eines wunderschönen Tages. So, wo ist das Kackviech? Finde ich, dass er mich gleich von hinten überrascht. Das wäre echt ein bisschen uncool. Aber ich überrasch' ihn von hinten. Oh, oh. Lauf doch. Standback, Spesten. Laufen. In die Sackkasse. Ja, das ist eine wirklich tolle Idee. Oh. Hier wirst du mich niemals finden. Oh, oh. Hat er grad'n Taschenlampe angemacht? Was? Freund hinzugefügt? Hat mich der Meyer-Lock gerade als Freund hinzugefügt? Ja, jetzt ist er tot. Tut mir leid. Wieso hast du Munition dabei gehabt? Natürlich. Mein Freund wollte mir gerade Munition als Friedensangebot darbieten. Warte, das war in der falsche Richtung. Ja, ist Picasso 2. Jetzt hör'n, ist Picasso 2. Ich nehm' einfach mal auf Verdacht an. Scheiß drauf. Ey! Oh, gut. Hat sich gelohnt. Zehn Atom. Okay. Ich bin verwirrt. Wo bin ich jetzt? Bin bei der Leiche. Okay. Keine Ahnung, wo ich bin. Ach, cool. Jetzt muss ich einmal ganz kurz die Orientierung fassen. Ich hab immer noch nicht... Ich lass' es da Ahnung, wo ich bin. Oh, der Wendigo kommt hier gleich aus dem Boden raus. Das sieht doch verdächtig aus. Metallbottich. Ein leuchtendes Fleisch liegt hier einfach rum. Wieso liegen hier so viele Kanten? Ah, warum? Ich glaub', ich weiß es. Mr. Wendigo, sind sie's? So'n Ghoul. Ja, vom Damage her. Hm. Aber ich hab' zu viel Munition dafür. Zwei Waffen gleichzeitig zu halten, wäre cool. Weil dann hätten wir den Bonus. Okay, diese Höhle sieht sehr verdächtig aus. Ich find' diesen Level-Unterschied drüber richtig krass, weißt du? Der Hoshi hier ist einfach mal Level 9. Und die Mayer-Lux sind um die 30. Oh Gott, die Ecke kommt mir bekannt vor. Ich bin jetzt nicht beim Anfang angekommen, oder? Ist jetzt nicht der Anfang, oder? Ach, guck mal, da ist der Picasso 2. Hallo, Picasso 2. Hinter dir. Hinter dir. Ja. Ja, war's warm. Weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Picasso. Hey. Weiter nach rechts. Das andere nach rechts. Hinter dir. Das ist der verdammte Eingang. Ja, da. Guck mal, da ist die Nachricht. Okay. Ich wollte eigentlich springen. Okay, wir haben bis der Wendigo nicht gesehen. Vielleicht ist er schon tot. Das wäre echt ein bisschen blöd. Wenn ich hier den ganzen Weg gemacht habe, um Herrn Wendigo zu finden. Und der endlich nicht da war. Oh, ich bin wieder hier, okay. Hey, ich bin doch da hochgegangen. Oh, ich habe mich verlaufen. Jetzt habe ich ein Problem. Du bist nicht mein Problem. Obwohl, du bist auch schon ziemlich problematisch. Ich muss dein Fuß treffen. Oh, Gott, nein. Oh, das ist so tragisch. Ich habe das Gefühl, dass der Wendigo nicht mehr hier ist. So, Mist. Der fühlt sich aber drohen. Vor allem werde ich hier jetzt auch noch in der Höhle gesucht von jemandem. Der Wendigo müsste eigentlich hier sein. Weil hier sind ja auch die ganzen Leichen. Oh, wie war das? Was habe ich mir gefunden? böser kleiner wendigo böser böser kleiner wendigo psycho schaden und 25 15 prozent 25 schadensresistenz für drei ok wir schauen macht mir jetzt 320 schaden die traut und irgendwas schaden machen wir noch ausgehungerter wendigo easy gitarrenschwert im brustteil netzrelleyspülung spülung wendigo zähne ok lose schrauben ja gut aber eine rüstung bekommen die wir nicht haben möchten wo kam der her und wo ist hier hans dieter hier wie heißt er noch picasso er ist immer noch hier ich glaube der sucht nach mir wir haben ihn wir haben ihn äh der wendigo sieht übrigens genauso aus wie in until dawn wollte ich nur mal gesagt haben hat hat mir sehr gefallen ich habe mich auch sehr erschreckt als er plötzlich hinter mir stand und wo das alles so friedlich aussah so friedefreude eier gucken weil so hier ist ja gar keine ahnung plötzlich wirst du von der seite bäm schlagen so picasso worüber du bist ich bin hier das habe ich wirklich nicht gesehen das ist lustig so ok hauen wir ab geschafft ich hätte ein foto machen sollen von mit ihm ach wenn ich das nächste mal einen legendären töte sag mir einfach dass ich ein fucking foto schießen soll wir brauchen das für unsere screenshot sammlung man aber gut freunde ich habe mit erfolg ein wendigo gejagt und ich habe mich mit erfolg zu tode erschreckt wir sehen uns in der morgigen folge wieder und dann ich wollte nicht springen das ist einfach so pervers wie viel schaden ich mache sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen folge dann machen wir was anderes haut rein tschüss